Sprechen wir mit Ehren Güverdschin, Islam-Experte, stellvertretender Bundesvorsitzender der Migrationsorganisation Liberale Vielfalt und Mitglied der Deutschen Islam-Konferenz. Schönen guten Abend, Herr Güverdschin. Guten Abend, Herr Bauer. Herr Güverdschin, für diesen Freitag ruft die Hamas nach dem Angriff auf Israel zu Unterstützung in der ganzen Welt auf. Dazu soll es auch in Deutschland Demonstrationen von Palästinenser-Organisationen geben. Ob die stattfinden dürfen, das prüft die Polizei noch. Zu Recht aus Ihrer Sicht? Ja, definitiv. Wenn wir uns die Bilder der vergangenen Tage anschauen, die Jubelversammlungen, sei es in Berlin, Neukölln oder auch die Demonstrationen, die wir in Duisburg erlebt haben, haben wir es mit einer sehr aggressiven Gruppierung zu tun, die ja durch die linksextremistische palästinensische Organisation Samidun mobilisiert wird. Die sind sehr aggressiv, sind sehr emotionalisiert und diese Anspannungen werden natürlich in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen auch zunehmen, wenn die israelische Armee natürlich in den Gaza-Streifen einmarschiert, wie es ausschaut. Also von daher müssen die Sicherheitsbehörden das sehr genau unter Beobachtung halten und da ist es sicherlich, kann es eine Möglichkeit sein, diese Versammlungen zu verbieten. Aber wir müssen als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft, aber auch vor allem die Sicherheitsbehörden und die Politik wachsam sein, weil die nächsten Tagen und Wochen werden leider sehr schwierige Zeiten auch für uns hier in Deutschland. Wo endet da aus Ihrer Sicht das ja sehr, sehr hohe Recht auf freie Meinungsäußerung, zum Beispiel für einen eigenen Palästinenser-Staat? Und wo beginnt aus Ihrer Sicht das, was eine öffentliche Demonstration dann nicht mehr zulässig macht? Ja, wenn wir uns, das ist ja auch kein neues Phänomen, das ist ja nicht nur erst jetzt seit dem letzten Wochenende der Fall, sondern in den letzten Monaten und Jahren gab es ja immer wieder Aufmärsche von palästinensischen Gruppen oder auch von islamistischen Akteuren initiiert, wo ganz klar antisemitische Parolen gerufen werden, wo Juden beleidigt werden, bedroht werden, wo zur Vernichtung Israels aufgerufen wird. Das sind keine freien Meinungsäußerungen, sondern das sind ganz dezidiert antisemitisch und vor allem halt auch ein Hass auf den Staat Israel. Und das können wir mit unserer Geschichte und auch mit unserer Staatsräson sozusagen nicht irgendwie da einfach nur zuschauen. Sie sagen ja eindeutig, die Hamas sei eine Terrororganisation. Sie sagen auch jetzt hier eindeutig, dass Demonstrationen im Zweifel verboten werden müssen und sie sind dafür teilweise wüst auch online beschimpft worden. Warum darf ein Muslim wie Sie das nicht sagen? Ja, wir haben es leider mit ideologischen Strömungen zu tun, die auch hier in Deutschland präsent sind. Wir haben das ja auch am Wochenende erlebt. Da haben ja ganz unterschiedliche muslimische Verbände Stellungnahmen verfasst zu der Entwicklung im Nahen Osten. Und kein muslimischer Verband war in der Lage, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, eine Terrororganisation. Stattdessen haben sie die Hamas relativiert und sogar die Schuld auf der israelischen Seite gesucht. Und das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun mit dem ideologischen Hintergründen dieser Verbände. Es gibt einzelne Verbände, die haben einen Bezug zur Muslimbruderschaft. Die Hamas ist aus der Muslimbruderschaft hervorgekommen. Es gibt den türkisch-muslimischen Verband Islamische Gemeinschaft Miligörig. Die Gründungsfigur dieser Miligörig-Bewegung ist Nejmet den Erbakan gewesen. Er war glühender Antisemit und war durchstrieben von Israel-Hass. Das war eine zentrale Säule seiner Ideologie. Die ist immer noch sehr präsent hier. Und damit müssen wir uns als Gesellschaft, die Bundespolitik, muss diese Realitäten erkennen. Und auch das viel gezielter thematisieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber auf der anderen Seite müssen auch Muslime ganz offen die Stimme erheben und auch Forderungen stellen an diese Verbände, dass sie eine ganz klare Haltung gegen diese Terrororganisationen Hamas auch einnehmen. Ehren Güvercin, Islam-Experte, stellvertretender Bundesvorsitzender der Migrationsorganisation Liberale Vielfalt. Vielen Dank Ihnen, Herr Güvercin, hier bei Phoenix. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.